Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. In diesem Video seht ihr das finale Review zum neuen Apple iPad Mini. Wir wollen mal schauen was die Vor- bzw. Nachteile dieses Tablets sind und ob es sich wirklich lohnt den vergleichsweise hohen Preis dafür zu bezahlen. Ich wünsche euch viel Spaß beim zuschauen. Los geht's! Das iPad Mini kommt in dieser für Apple typischen weißen Verpackung. Ihr seht auf der Vorderseite gleich schon die Seitenansicht vom Apple iPad Mini und zwar in der Farbe schwarz heißt man hat sich für das schwarze Gerät entschieden. Beim weißen ist das ganze dann dementsprechend weiß und an den Seiten steht auch Apple typisch. Nochmal die genaue Produktbezeichnung, also iPad Mini. Das iPad Mini gibt es in einer Wi-Fi only Version und in einer Version mit UMTS bzw. LTE Modul, die erst in den kommenden Wochen auf den deutschen Markt kommen wird. Apple typisch gibt es jeweils Versionen mit 16, 32 oder 64 GB an internem Speicher. Man sollte sich vor dem Kauf aber gut überlegen wie viel Speicher man wirklich benötigt, denn dieser ist ebenfalls Apple typisch nicht erweiterbar. Im Lieferumfang findet ihr dann neben den üblichen Quick Start Guides natürlich die obligatorischen Apple Sticker. Was sonst? Die kommen natürlich in diesem für Apple typischen Tray Design bei Apple in California. Wie sollte es sonst sein? Und außerdem findet ihr dasselbe Modular, das auch schon beim Apple iPhone 5 mitgeliefert wurde. Zusammen mit diesem Lightning auf USB Kabel, das natürlich auch im Lieferumfang enthalten ist, ergibt das dann euer vollwertiges Netzteil. Dieses Kabel könnt ihr aber natürlich auch benutzen, um euer iPad Mini mit dem PC bzw. Mac zu synchronisieren und Daten auszutauschen. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Star der Show. Kommen wir zum Apple iPad Mini. Es misst 200 x 134,7 Millimeter und hat eine Dicke von lediglich 7,2 Millimetern. Heißt es ist nochmal dünner geraten als das Apple iPhone 5. Dabei wiegt es nur 308 Gramm. Das führt dazu, dass das iPad Mini absolut genial und problemlos mit einer Hand zu halten ist. Das Gewicht ist eines der größten Pluspunkte des Apple iPad Mini, gerade im Vergleich mit seinem größeren Bruder, dem Apple iPad der dritten bzw. vierten Generation. Auf der Vorderseite fällt wie bei fast allen aktuellen Tablets zunächst das Display auf. Das ist ein 7,9 Zoll großes IPS Display und löst leider nur mit 1024 x 768 Pixel auf. Das ergibt dann eine vergleichsweise schlechte Pixeldichte von 163 Pixel per Inch. Das Ganze wird natürlich von Corning Gorilla Glass geschützt. Das Display ist gleichzeitig auch mein größter Kritikpunkt am Apple iPad Mini, dazu aber dann später noch mehr. Positiv hervorzuheben wäre der dünne Rahmen, links und rechts vom Display. Ich denke man kann es ganz gut erkennen. Das sieht zum einen einfach toll aus, zum anderen spart das ganze Platz. Neben dem für Apple obligatorischen physischen Homebutton finden wir dann auf der Vorderseite lediglich die 1,2 Megapixel Frontfacing Camera neben diversen Sensoren. Die linke Seite des Apple iPad Mini ist absolut blank gehalten. Auf der Unterseite finden wir dann natürlich den Lightning Anschluss. Daneben die beiden Stereo Lautsprecher, die ins Gehäuse eingebohrt sind. Auf dieser Seite finden wir dann die Tasten für laut bzw. leise. Die bieten beide einen sehr sehr guten Druckpunkt und sind sehr sehr gut verarbeitet. Hier oben dann noch der Mute Button. Auf der Oberseite Apples obligatorischer Power Button und hier natürlich noch der 3,5 Millimeter Klinken Anschluss. Hier oben lediglich ein Mikrofon. Damit kommen wir auch schon zur Rückseite des Apple iPad Mini, die übrigens ein wahrer Fingerabdruck Magnet ist, zumindest hier bei der schwarzen Version. Da finden wir oben die 5 Megapixel Kamera und hier natürlich das obligatorische Apple Logo. Vor allem diese Rückseite, die ja aus Aluminium besteht, trägt dazu bei, dass das Apple iPad Mini sich absolut hochwertig anfühlt. Allgemein lässt sich sagen, dass das Apple iPad Mini richtig gut verarbeitet ist. Durch die perfekten Maße und das Gewicht von nur 308 Gramm liegt es super in der Hand und fühlt sich durch das edle Aluminium Gehäuse auch noch richtig wertig an. Nun wollen wir das Apple iPad Mini einschalten. Dafür betätigen wir den eben schon genannten Power Button für circa drei Sekunden. Wir sehen das Apple Logo und währenddessen wie immer die restlichen Daten. Als Plattform haben wir hier, wie sollte es anders sein, Apples iOS in der Version 6.0.1. Als CPU den Apple A5 Dual Core Prozessor mit 1 GHz und leider wird dieser nur von 512 MB Arbeitsspeicher bzw. RAM unterstützt. Die Euphorie über das äußere Erscheinungsbild des Apple iPad Mini verfliegt aber spätestens, wenn man es dann mal einschaltet. Wir sehen den typischen Apple Lockscreen, der sich schon seit gefühlten Jahrhunderten nicht verändert hat und gleich aussieht. Natürlich haben wir Uhrzeit und Datum. Hier die Möglichkeit, unser Gerät durch die bekannte und patentierte Swipe-to-Unlock-Geste zu entsperren. Durch einen Klick auf diesen Button hier starten wir eine Art Dia-Show und auch Dinge wie zum Beispiel verpasste E-Mails werden uns hier angezeigt mit einer kleinen Vorschau und dem Empfänger bzw. dem Betreff. Wir können natürlich direkt in diese entsperren. Schnellzugriffe, um Apps direkt vom Lockscreen aus zu starten oder Bluetooth bzw. WLAN zu deaktivieren fehlen aber leider nach wie vor. Haben wir unser iPad Mini dann entsperrt, landen wir, wie sollte es auch anders sein, auf dem Homescreen. Für den gilt Ähnliches wie für den Lockscreen, der hat sich auch schon seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr wirklich verbessert. Hier bewegen wir uns natürlich durch eine solche Wischgeste und ihr seht schon, dass das absolut flüssig und absolut ohne Ruckler, trotz des vergleichsweise älteren Prozessors, also läuft beweist wieder mal, iOS braucht keinen Quad-Core-Prozessor. Das ist natürlich dann auch ein Vorteil des OS und dieser, ja nennen wir es mal simplen und übersichtlichen Benutzeroberfläche. Schon auf dem Homescreen fiel mir als iPad3-Nutzer die vergleichsweise geringe Pixeldichte des iPad Mini zum ersten Mal negativ auf. Schriften, App-Logos oder die Uhrzeit sehen leider bei weitem nicht so scharf wie auf dem Display des größeren Bruders aus. Das finde ich persönlich ziemlich schade. Das Ganze setzt sich dann auch im Browser fort. Selbst aufwendige Seiten wie theverge.com laden. Ja, ich würde sagen relativ schnell, da kann man sich eigentlich nicht beklagen. Warten wir kurz ab, dann sollte diese, ja wie eben schon erwähnt, aufwendige Seite auch geladen sein. So ist das iPad Mini fertig. Ihr seht auch hier überhaupt keine Ruckler, Pinch-to-Zoom gar kein Problem, macht wirklich Spaß. Ja, ihr bekommt eben ein ähnlich geiles und flüssiges Surferlebnis wie auf allen iOS-Geräten. Das ist meiner Meinung nach nach wie vor ein sehr, sehr großer Vorteil. Aber auch hier gilt, während Text auf dem iPad der dritten oder vierten Generation gestochen scharf und wie gedruckt wirkt, wirkt er auf dem Display des iPad Mini eher unscharf. Egal, ob ich es wie in diesem Fall im Portrait-Mode oder eben im Landscape-Mode nutze. Anders als zum Beispiel ein Google Nexus 7 hat das Apple iPad Mini auch auf der Rückseite eine Kamera, die wie schon erwähnt mit 5 Megapixeln auflöst. Wir sehen hier das Apple-typische Layout, das man schon von anderen Geräten kennt. Hier der Auslöse-Button, die Möglichkeit zwischen Foto- und Videokamera, beziehungsweise daneben zwischen hinterer und vorderer Kamera zu switchen. Hier ein Thumbnail, der euch direkt in die Galerie zu den zuletzt geschossenen Bildern weiterleitet und hier unter den Optionen könnt ihr euch noch eine Raster aktivieren. Die Qualität der Bilder ist ganz ordentlich, die Farben und die Low-Light-Fähigkeiten gefielen mir sogar besser als auf einigen aktuellen High-End-Smartphones. Trotzdem kann das iPad Mini da nicht mit dem iPhone 5 oder dem Galaxy S3 bzw. einem HTC One X und erst recht nicht mit einem Nokia Lumia 920 mithalten, muss es meines Erachtens aber auch nicht. Ich frage mich eh immer noch, wer mit einem Tablet wirklich des öfteren Fotos knipst. Gut gefallen haben mir auch die Musikfähigkeiten des Apple iPad Mini. Wir finden hier nach wie vor einen der optisch ansprechendsten, übersichtlichsten und intuitivsten Musikplayer. Und die Stereo-Lautsprecher des Apple iPad Mini haben es wirklich in sich. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Leider kann man das dann mit der Kamera nicht wirklich gut einfangen. Ihr müsst es aber auch einfach mal in Natura anhören. Die sind wirklich sehr sehr gut und würde ich mir bei mehreren 7 Zoll Tablets wünschen. Schauen wir uns nun aber das Display des Apple iPad Mini mal im Detail an. Die zu geringe Auflösung habe ich nun ja schon mehrmals erwähnt. Auflösung ist aber auch nicht alles, was an einem Display gut sein sollte. Auch bezüglich Kontrastwerte und Helligkeit konnte mich das Display meines Testgeräts nicht wirklich überzeugen. Zum einen sind die Kontrastwerte etwas schwächer, zum anderen ist auch die Helligkeit etwas niedriger als bei meinem iPad der dritten Generation. Versteht mich nicht falsch, das soll jetzt nicht heißen, dass das Display miserabel ist, aber bei einem 7 bis 8 Zoll Tablet für 329 Euro Einstiegspreis hätte ich persönlich einfach etwas mehr erwartet. Gerade da Apple in letzter Zeit ja mit seinen Retina Displays immer für gestochen scharfe Displays stand. Da müssen wir aber wohl noch bis zum nächsten Jahr bis zum iPad Mini der zweiten Generation warten. Auch das iPad Mini kommt natürlich mit Apples Sprachassistenten Siri und die ist gewohnt wortsicher und kommt mit dem selben Funktionsumfang wie auf den anderen iDevices. Siri, kannst du mir ein Restaurant empfehlen? Ich persönlich nutze zwar immer noch keinen Sprachassistenten aktiv im Alltag, wenn ich das jedoch müsste, wäre Siri wohl meine erste Wahl. Überzeugen konnte das Apple iPad Mini auch bezüglich Akkulaufzeit. Wie von Apple versprochen, kann man problemlos ca. 10 Stunden bei 50% Displayhelligkeit über WLAN im Internet surfen, teilweise sogar deutlich mehr. Kommen wir nun wie immer zu einem abschließenden Fazit. Positiv zu nennen beim iPad Mini wäre definitiv die hervorragende Verarbeitungsqualität, das hochwertige Aluminiumgehäuse und das perfekte Gewicht für so ein 7 bis 8 Zoll Tablet. Auch die gewohnt flüssige Performance kann überzeugen. Zu nennen sind außerdem die hervorragenden Stereo-Lautsprecher, die machen wirklich einen sehr, sehr guten Job und auch bezüglich Akkulaufzeit konnte das iPad Mini voll und ganz überzeugen. Ein weiterer, ja wenn nicht sogar der wichtigste positive Punkt, den man definitiv nennen soll, sind aber die über 275.000 perfekt angepassten Tablet-Apps, die ihr sofort mit eurem iPad Mini verwenden könnt. Es gibt aber natürlich auch einiges, was gegen das iPad Mini spricht. Zum Beispiel ist das der vergleichsweise hohe Preis. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, das Modell mit 16 GB in der Wi-Fi Variante kostet 329 Euro. Wenn man bedenkt, dass das Google Nexus 7 zum Beispiel mit 16 GB und auch mit Wi-Fi dann nur 199 Euro kostet, ist das schon ein starker Preis. Auch die Tatsache, dass der Speicher leider nicht erweiterbar ist, ist ein negativer Punkt. Außerdem wirkt iOS einfach teilweise an manchen Stellen doch veraltet und hinkt funktionstechnisch einfach anderen Betriebssystemen teils deutlich hinterher. Und natürlich wäre da auch noch das Display mit seiner viel zu niedrigen Auflösung und meiner Meinung nach auch zu niedrigen Helligkeit und zu schwachen Kontrastwert. Versteht mich nicht falsch, das iPad Mini ist ein klasse Gerät und in puncto Abmessungen, Gewicht und Verarbeitungsqualität meines Erachtens das beste Tablet im 7 bis 8 Zoll Bereich. Man geht jedoch für diesen Preis einfach zu viele Kompromisse ein und bekommt zum Beispiel bei einem Google Nexus 7 preisleistungstechnisch im Endeffekt einfach etwas mehr geboten. Ich würde allen Interessierten und vor allem Besitzern eines iPad mit Retina Display raten, auf die nächste Generation des iPad Mini zu warten. Leute, das war's auch schon wieder vom Review zum Apple iPad Mini. Ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen bei der Kaufentscheidung behilflich sein. Solltet ihr immer noch zwischen dem iPad Mini und zum Beispiel dem Google Nexus 7 schwanken, kann ich euch nur meinen ausführlichen Vergleich zwischen diesen beiden Geräten ans Herz legen. Ein Link dazu wird jetzt gerade eben eingeblendet. In diesem Sinne hoffe ich wie immer das Video hat euch gefallen, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.